hallo und herzlich willkommen liebe arzt und freunde zu einer weiteren episode arzt und mit mir im lieb standard modus was mache ich heute mit euch das mache ich heute mit euch ich hatte ja schon mal hier ja die idol milch ich hatte ja gerade jetzt die genz von gadgets an aufgenommen das karten chaos davor habe ich den wilden todesröchel milch schamanen gemacht und davor habe ich glaube ich den feurige gerechtigkeit drachen paladin gemacht und davor glaube ich stehen oder den drachen ist ja auch egal wir gucken jetzt erst mal in den dailies ein aha zehn geheimnisse zehn geheimnisse das ding ist ich würde ja auch mal gerne wieder mage machen mage ist geil mage macht mir spaß aber dann würde ich auch sehr gerne ein reno mage machen und vom mage fehlen mir noch so viele karten schießt drei habe ich nicht und die habe ich nicht schon ein big deal die hätte ich schon gern wie das so ist ich glaube ich mache trotzdem eine magier und ich glaube ich mache trotzdem einen reno jackson magier ist das hier ein reno mage hat der drin die ist klar fehlt 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 ja es fehlen es fehlen viele gute sachen leider ein schlechter reno mage weil wie gesagt viele geile sachen fehlen aber ich pack die natürlich ein das nächste geheimnis ist ja was neues ich kann mal machen oh gadgets an Vielen Dank. Okay, der Wurm muss rein. Das babbelnde Buch kommt rein. Dann. Potzblitz. Zauberolle. Der und der, würde ich sagen. Dann darf der nicht fehlen, das nicht fehlen. Und... Der ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Äh, Bällchen, Schäfchen, äh... Bin ich noch im Standardmodus hier? Ja. Äh... Warum nicht? Ja... 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 Die Menge Zeug... Hm... Ich hab schon nicht mehr so viel Platz, ne? One Dröpse habe ich 3. Two Dröpse habe ich... 3. Three Dröpse habe ich... 3. Ah, wobei der eine... Äh... 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 Lass mich überlegen. Entdeckt, entdeckt... Hast du nicht gesehen? Will ich den unbedingt haben? Wenn ich nicht... Ja... 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 Ne... Okay... Äh... Toadies! Da muss... Da muss er rein! Da muss rein! Da braucht man gar nicht drüber reden! Da wüsst du Bescheid, ne? Entsucht kommt rein! Die beiden kommen rein! Und... Habe ich noch Platz für einen, ne? Den habe ich schon, genau... Ach ja! Ach! Ich bin doch auch eine Pfeife! Hier! Reno Match ohne Reno ist kein Reno Match! Fertig... Und Spiel! Wir wollen ja keine Zeit vergeuden hier! Schlechter Reno Match! Ja, ich sag ganz ehrlich... Äh... Reno Jackson Mage... Vor Gadgetzan! War geil! Hat mir Spaß gemacht und alles! Macht's auch immer noch! Aber jetzt bin ich durch Gadgetzan an dem Punkt, dass mir zu viele geile Karten dafür fehlen! Jaina gegen... Thrall! Eure Zeit ist gekommen! Ihr habt es so gewalt! Mir fehlt der... Kasakis, oder wie der heißt... Dann fehlt mir... Die... Klassen-Legendary... Von dem Mage! Von wegen, wenn ihr keine doppelt habt... Und die spielt, dann kostet der nächste Zauber Null! Den Combo mit einem Flamestrike oder so... Hammergeil! Aber habe ich nicht! Ein frohes Winterhauchfest wünsche ich euch! Der Kasakis fehlt mir! Das sind schon mal zwei... Richtig geile Karten, die eigentlich must have in dem... Reno Jackson Mage sind! Dementsprechend ist das ein bisschen blöd für mich! Ein frohes Winterhauchfest wünsche ich euch! Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr! Mächtig sein! Ich! Ich? Ich? Frisch von Kasakis! Hör mal jung, das war nicht nett von dir, ne? Habt ihr Fisch dabei? Fisch dabei? Hm. Hm. Ah, ist nicht einfach, ne? Ist nicht einfach. Einfach wäre. Wäre einfach, aber ist nicht einfach. Dramatik und Abend. Was? 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 Gut gespielt. Was? 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 Ich weiß ganz schön viel Das ist mir gut Was? Was? Weasel Das Weasel Ich habe genau das, was ihr braucht. Bis dahin bin ich tot, Mann. Ich niemand verpfeift! Was wird? Was? Was? Are you kidding me? Was? Krass, Mann. Übel die Evolve-Action. Jaina gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Ihr habt es so gewollt. Anduin. Ein frohes Winterhauchfest wünsche ich euch. Ja. 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 Nice. Ja, Junge! Komm! Spiel noch was Dickes! Dick! Ganz Dickes, komm! Ja! Dick! Dick! Hahaha! Fantastisch! Fantastisch! Wollt ihr ewig leben? Ja! 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 Es ist nochmal mit! Es war einmal Gesegnet sei dieser Kropfen Was soll ich nur tun? Es geht! Es geht! Ich glaube das Problem ist Macht Platz, Agent in geheimer Mission Dass ich zu wenig Karten fürs Late Game habe Schreibt mir gerade mal so auf Macht Platz, Agent in geheimer Mission Uh, ihr wollt ein Zauber werden? Haha, das will ich auch Zauberwirken Zauberwirken Verzeih nicht, Jülchen Die Erdenmutter ist nah Die Erdenmutter Die Erdenmutter Die Erdenmutter Entsorgt Die Erdenmutter Ich trage die Kraft der Pechschwingen in mir Was? Lacht ihr über mich? Was macht eher Sinn, mit dem Eisblock poppen zu lassen? Ich diene den Feuerfürsten. Was? 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 Ist jemand verletzt? Lacht ihr über mich? Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr! Ich frage mich ob... Das wird nix... Nix wo man mich nicht kennen kann! Ach komm... Ich habe fast keine Kappen mehr! Ich frage mich! Easy! Na 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 na! Na 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 na! Ja... Ja das gute ist, einen Eisblock habe ich noch und einen Reno Jackson 2. habe ich auch noch! Das ist natürlich nicht schlecht! Pristalle! Frisch von Kazakus! Ich frage mich! Ich frage mich! Ich frage mich! Schade! Schokolade! Ich frage mich! 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 Mach was du willst! Mach was du willst! Ich frage mich! Ich frage mich! Ich frage mich! Ich frage mich! Tray Damage! 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 Ah, keine Sorge! Der zweite Reno wartet auch schon drauf gezogen zu werden. So, hab ich mir das vorgestellt. So und nicht anders. So, einer geht noch, einer geht noch rein. Würde ich sagen. Einer geht noch, einer geht noch rein. Ah, komm, ich will mal nicht greedy werden, ich behalte den Mann. Zieh ich hinterher einen hohen Diener, den ich nicht gebrauchen kann, so einen hier. Faladin. Xilokain. Drei Dudes gibt es. Puh, ihr wollt ein Zauberwürgen? Haha, das will ich auch. Unfälle! Sowas kommt vor! Ich bin Zauberwürgen. Was wird das Spaß? Ah! Das ist so. Oh! Oh! Ah! 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 Oh. Das war's für heute. Ich habe genau das, was ihr braucht. Daily Geheimnis-Quest. Und ich glaube auch, dass mir das am ehesten helfen würde. Oh, really? Okay. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Sind schon Todes-Röchel-Typen gestorben? Ich glaub' nicht. Ich glaub' nicht. Ich habe keine Zeit für ein Spielchen. Ich mag ihn. Ich habe keine支le, Fulfum. Was soll ich denn? Fulfum! Ich hab's gewonnen. Wer ist denn? Niemand darf überleben. Gut gespielt. Wissen ist Macht. Und ich weiß ganz schön viel. Lernen. Geheimnis-Krämerei. Schade. Ist leider nicht ganz so gut gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe. Aber es ist ja auch, wie gesagt, ein schlechter Reno-Mage, das habe ich ja auch schon erwartet. Denn viele coole Reno-Jackson-Karten fehlen mir leider so ein bisschen... Fehlt so ein bisschen die Karte, die den Sieg nach Hause fährt sozusagen. Aber ich mache mir da nochmal meine Gedanken zu. Aber wie gesagt, da fehlen mir zu viele Karten. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und tschüss. E statten, einfach mal älgere Zeitung zu uns aufziałem. Ich möchte nicht ein bisschen wie viel Aaah denn das werden Aveils. Also Parets mit uns. Aufmerksamkeit ist berarti etwas genau. Jetzt einen Weren haben.